Wir nehmen echt den direkten Weg. Wollen wir nicht gucken, ob wir da irgendwo rüber, rüber? Nein? Okay. Wir nehmen den direkten Weg. Nice. Nicht ganz so nice. Okay. Hi. Armes Pferdchen. Es gibt hier Vampire. Hallo. Dietrichtheim. Es ist am Kochen. Also irgendjemand war hier. Ansonsten wäre der Ofen nicht an. Wieder dieses Bild. Sieht nicht wirklich warm hier drin aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht halt aus wie Tracervanien. Well, hier ist was, wo wir Dietrich brauchen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut. 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 Das war's für heute. Hm, Kartoffeln sind schlecht. Moment! Die kleinen Küken haben nicht überlebt. Irgendwas fehlt. Übersagende Kurbel, ja? Draußenklo. Moment, erstmal alles durchsuchen. Tatsache. Das ist die andere Seite. Okay, Kurbel und Dietrich. Let's go. Yeah, this is the other side of the hill. Aus dem Klo. Wer ist gerade am Kacki machen? Was soll ich sein? Baum? Baby. Das ist Mr. Schnuggels. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Friedhof, Werkstatt, Zeremonienplatz. Da ist Licht an. Ich will nochmal gucken, ob man hier nach oben gehen kann, weil es sieht aus, als hätte ich jetzt den zweiten Stock. Oh, geil. Dann nicht. Jetzt muss ich aber da hinten das Tor nochmal ausprobieren. Einfach nur für meinen Seelen Ruhe, dass ich weiß, dass es hier nicht funktioniert. Okay. Okay. Thanks. Joggen wir nur und nie sind. Vielleicht wird dir warm. Okay. Okay. Genug gejoggt. Hausbesitzer vermisst, bis auf weiteres kein Zutritt. Okay. 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 We können uns nicht drin verstecken. Das Symbol sieht aus, als hätte jemand eine Brille auf und wie ein Maulwurf startet und dann kommt sie dort auf. Weird. Hallo! Hallo! Oh. Wirklich? Oh, guckt euch das Menü an! Guckt euch an wie viel Zeug wir haben! Okay, Crafting is still a thing. Interesting. Wir haben jetzt ein Messer. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Waffe und das bedeutet, die können jetzt Leute auf mich drauf schicken. Wirklich? 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 Wichtig. Es war auch so vorne. down the road what's going on oh no they're coming who is what the hell was that you have a gun no please tell me you have a gun no why would I take it are you listening hey oh no I don't know what Oh, my. Okay. Oh, my. Oh, my. Jesus Christ. What the hell is wrong with this place? Oh, my. 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 Bro, du bist ganz schön laut dafür, dass ich mich anschleichen wollte. What the hell? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Warum hast du ja nichts gesagt, dass mein Licht wieder aus ist? Armes Ding? Findest du? Es hat mir meinen kleinen Finger und einen Teil von meinem Ringfinger genommen. Luisas Haus? Okay. Oh, Ethan, deine Hand. Ow. Ich kann leider nicht sehen, was da auf dem Flow hat. Auch wenn ich es gerne gesehen hätte. Oh, das kommt von mehreren Seiten. Ich weiß nicht genau, welches näher klingt. Klingt von allen Seiten kacke. Gehen wir einfach weg. There we go. Oh, my gosh. There we are. Dammit. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. There's no end to them. Well, that's stupid. That's not out! Thank you. Okay. Hello! Oh! Da kriegt aber jemand früh ein Schrotgewehr. I like it. Ow! 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 Ah! Ah! Was ist das? Was ist das? Okay, ich glaube, ich bin gerade in der sicheren Ecke. Ich bleibe erst mal kurz hier. Ich glaube, ich bin gerade in der sicheren Ecke. Puh. Oww 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 Hätte es schon die ganze Zeit passieren sollen. Das hätte schon die ganze Zeit passieren sollen. Ich hätte mir so viel Munition sparen können. Moment. Hi. Du hast ja einen großen Hammer. Kannst du das nochmal neu starten? Kannst du die Szene nochmal neu starten? Ich habe so viel Munition verschossen. Ich habe so viel Spaß gemacht. Okay, it's fine It's fine It's fine, das war mein Fehler Ich hätte einfach weiter rennen sollen Aber das stand, überlebe die Situation, deswegen dachte ich, ich muss kämpfen Shit nuts Ich möchte zurück zu den ersten Häusern Und dann, ob das noch möglich ist Das habe ich schon nie gefunden Ach du meine Güte Okay Oh, ich habe so viel Munition verschossen Ich bin so sad Ich bin so sad Ich bin so sad Ich bin so sad Oh, nice Hm. Was ist das? Okay. Let's go. Was ist hier oben in dem Haus? Hm. Schrotgewerbkotronen. Okay, die sind anscheinend davon ausgegangen, dass man ein bisschen was verliert. Okay. Schießen sie auf rote Pulver. Ich denke mal, das macht Kapum dann. I understand. Kannst du den Knopf drucken? Nope. Guckt euch an, wo ich überall hätte hinrennen können. Naja. Man lernt ja aus, oder? Oh, wir sind wieder hier. Wozu bin ich denn jetzt über die... Hm. Warum bin ich über die Packer? Warum bin ich da lang gehüpft? Nobody knows. Ich möchte mal zurück zu dem ersten Haus. Kann ich da nicht nochmal hin? Kacke. Ich hoffe, wir kommen doch nochmal dran vorbei. Es wäre sehr schade, wenn dem nicht so wäre. Weil da war noch was mit nem Dietrich. Und. Da war ein verlassenes Haus. Naja, egal. Ich geh mir erstmal weiter. Irgendwas Großes wird hier passieren. Hier sind so viele Feuerdinger. Hey, Lady. In life and in death, we give glory. Uh, hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you. Hi. The child's father. Okay. Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose. Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. Miranda? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming. No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Rose is here? Kann ich so was machen wie ein Sneaky-Angriff? So ein Sneaky-Angriff von hinten angriffst. Mit meinem Messerschirm. Was? Wo war das? Ah. Oh große Likans. Likans? Sagenhafte Wolfsmonster von einst. Wie spricht man das aus? Likans? Likans? Who knows? Möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebenden Leibe zerreißen. Möget ihr nicht? Ihr habt das nicht vergessen. noten. What the hell? Puh. Nur sein Messer! Hm. Okay. Hallo. Mein Name ist Ethan Winters. Ich suche nach meiner Tochter. Ihr Name ist Rose. Ich habe sie sehr gern. Sie ist wirklich knuffelig. Ich habe zu. Ich habe sie sehr gern.